Jetzt weiß ich gar nicht, hatte ich noch Sand und Glas gehabt oder nicht? Das ist jetzt so, ich weiß aber noch nicht, oh, muss ich irgendwann mal Glas haben, aber noch ein bisschen, das reicht aber nicht allzu weit. Das heißt, ich muss gleich noch Sand besorgen. Ich mach jetzt erstmal oben rein, aus dem einfachen Grunde, weil da nur Spinnen durch können und das ist natürlich nicht so extrem schwierig gerade. Irgendwo war doch ein bisschen Sand gewesen. Da hinten haben wir ein bisschen Sand. Da haben wir ein bisschen Sand schon geklaut. Dann klauen wir hier doch direkt nochmal weiter Sand, also auf Dauer können wir hier ja auch nochmal auffüllen, das ist nicht das Problem. Aber ich möchte ganz ungerne von unserem Stand da hinten direkt den Sand klauen, deswegen lieber dann hier, da können wir dann nochmal auffüllen, ohne dass es uns da hinten weh tut. Wenn wir dann später mal eine Wüste gefunden haben. So, jetzt können wir den auf jeden Fall erstmal brennen, dann wird es schon wieder Nacht, dann kann ich ins Bettchen hüpfen. Ne, doch nicht, doch brennen wir jetzt erstmal. So, jetzt packe ich erstmal das Eisen hier wieder weg, damit wir uns nicht die ganze Zeit rumschleppen. Und jetzt habe ich hier natürlich extrem schönen Platz, sag ich mal, damit ich hier gleich so einen Kellerabgang bauen kann. Und dann gucken wir mal ein bisschen Lager bauen noch. Und dann wird auch schon bald Ende sein. Ähm, eventuell gehe ich jetzt gleich noch hin. Können wir noch schon schlafen. So, ich trinke nochmal eben einen Schluck. Eventuell gehe ich gleich noch hin, bauen wir mal ein Gehege aus dem einfachen Grunde, dass wir dann schon mal die Kühe züchten können. Denn, das sind, ne, die Schafe brauche ich. Ich muss schlucken wegen Schafe. Ähm, ich glaube Schafe sind das, die ich dafür brauche. Wegen Wolle für Bilderrahmen. So, äh, die Zwischendecke mache ich 1, 2, 3, 4, 5, 3. Also Bodenbelag zwischen Raum, wenn man mal irgendwas braucht oder Redstone legen müsste. Machen wir mal 2 hoch. Und dann brauchen wir noch einen Bodenbelag. Gehen wir mal direkt auf 5 runter, ja. Und wir können hier oben nochmal ein bisschen... Ne, da nicht. Gehen wir hier unten durch. Ja, 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 ja. So, also den Platz zwischen den Räumen mache ich hier 5. Also zumindest nach unten hin. Oben muss ich dann nochmal schauen. So, was haben wir da jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt hier nochmal eine Stufe tiefer. Da machen wir dann den Keller. So, auf dieser Ebene machen wir Kellerraum. Ähm, gehen wir auch direkt jetzt mal rüber, so die Richtung. So, dann hängen wir hier unten auch mal ein Lichtlein auf. Ich denke mal hell genug ist es für euch. So, 1, 2, bereit machen wir mal, damit wir zur Not auch 2 verschiedene Wandstücke nehmen könnten. Ich mache jetzt noch nicht so viel hier. Ich stelle jetzt gleich hier nochmal ein paar Tonen hin. Einfach mal fertig. Wie ich das genau alles aufbaue, muss ich mir nämlich noch überlegen. Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ähm, ich bin aber gerade auch ein bisschen deppig glaube ich. Fällt mir mal so auf. Weil sinnvoller wäre noch tiefer zu gehen. Oder für wegzulassen. Wir gehen noch einmal tiefer. Ähm, aus dem einfachen Grund zwei Ton übereinander. So. Muss ich mal gucken, mache ich das später wahrscheinlich wieder zu. Aber jetzt gerade nicht. Denn ich merke auch so langsam, dass ich etwas bettschwer werde. Das heißt, ich werde jetzt gleich auch gucken, wenn ich zum Ende komme. Jetzt werden schon wieder Zombies. Irgendwo hier wird eine Höhle sein. So, 1, 2, nach darüber. So, dann machen wir halt hier schon mal ein bisschen tiefer reingehend. Ist jetzt nicht so tragisch. Ich gucke jetzt gleich auf jeden Fall eben noch ein Gehege bauen. Eventuell schon mal Schafe. Weil ein Lager braucht. Heutzutage finde ich das also wesentlich schöner Bilderrahmen. Wo entsprechende Items abgebildet sind, was wo zu finden ist. Als jetzt irgendwelche Schilder. So. Dann gehen wir jetzt nochmal hoch. Müssen wir nur aufpassen, da gleich noch schnell eben eine Fackel hinsetzen. Aus dem einfachen Grund, dass da nichts spawnt. Äh, Kohle, 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 Kohle. Und dann durch. Oh, das hab ich schon mal gemerkt. Könnte ich ja schon richtig stolz auf mich sein. Hö, 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 hö. Ja. Höchster Lieb. So. Jetzt jetzt mal da unten eben noch eine Fackel hin. Da einfach mal. Dann brauchen wir noch ein paar. Oh, das geht mir jetzt auf den Zeiger hier. Da riech ich mich noch sonst tausend mal drüber auf bevor ich's ende. Also ändere ich's direkt. So. Also nochmal großzügig da weg. Zumal wir auch noch Treppen brauchen. Weil dieses Rumgehüppe hier, da hab ich auch keinen Nerv drauf die ganze Zeit. Wir hatten aber eben irgendwo, da gibt's nicht immer dieselben Punkt, da schon Steine. So. Zack. Zack. Weil ich nehme bei dem Textischer Pack für Treppen eigentlich immer ganz gerne diese Stufen. Finde ich optisch einfach ansprechen darf. So. Jetzt haben wir da zumindest unseren Abgang. Und jetzt brauchen wir nochmal ein paar Truhen. So. Aber ich wollte doch mal was anderes bevor ich das nämlich jetzt vergesse. Machen wir jetzt nämlich mal ganz just ein paar Zeine. Ich hab da unten noch mehr. So. Zwanzig davon definitiv. Und definitiv auch ein Tor. Machen wir mal direkt nur noch eines. Nur wo dahin. So. Und ähm. Ja. Noch ein paar Zäune extra. So. Das erste Gehege. Ich sage bewusst erstes Gehege, denn es wird mit Sicherheit auf Dauer noch mehr Gehege geben. Ich werde jetzt einfach ganz frech hier mitten rein setzen. Drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier, fünf. Ah. Jetzt glaube ich auch noch das falsche Weg hier oben. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, drei. Drei. Na. Drei, vier, fünf. Mein Gott. So. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Mein Gott. So. Da eine Tür rein. Da eine Tür rein. Jetzt. Wo haben wir Schafe gehabt? Die waren glaube ich hier hinten im Sumpf. Die habe ich glaube ich beim letzten Mal so wie blöd gesucht. Oder waren da hinten auch welche? Ich weiß es gar nicht mehr. Boah. Schlimm. Jetzt bin ich natürlich hier im Wasser wo alles langsam ist. Das ist auch doof. Ich glaube hier waren beim letzten Mal Schafe. Ich glaube hier habe ich nämlich das. Sind da hinten Schafe? Wie sieht das aus? Moment das ist Schnee. Ich hätte spüren können hier wären beim letzten Mal Schafe gewesen. Hm. Hm. Unschön. Weil ich brauche doch Wolle. Kühe haben wir so viele. Die können wir auch bei auch schon mal ein paar mitnehmen. Denke ich. So. Komm mal her. Zwei reichen auf jeden Fall zum Züchten. Drei, vier. Schön. Ne. Zwei reichen. 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 Komm her. Du einmal. Du einmal. Und zu. Jetzt gehe ich mal eben gucken ob da hinten irgendwo Schafe waren. Ah ich kann grad nicht rennen. So. Mal ganz just nur gucken. Irgendwo haben wir Schafe gehabt beim letzten Mal. Ich bin mir nur nicht sicher wo. So. So das gerade wieder eine Kuh. Nein. Ein Schaf. Zwei Schafe. Yes. Ach Cara's. Daise.